Stimmt, das ist nur einer von den Jellingen, das kann man nicht... Äh, ich hab nicht mal eingestellt. Wo ist das? Das ist zu schwer. Weiß nicht. Das Pferd da draußen ist. Dann kommt das vielleicht noch mal zurücklaufen. Pass auf, ich reite schnell zurück mit deinem Land. Ich weiß nicht, wo das war. Mit deinem Land eben. Mit deinem Land eben. Ah doch, das ist eine Tour, da wo es... Wo geht das? Hm? Die Gumi, mach dich leer eigentlich. Ja, ich geb Gumi. Wie ist das immer? Dann. Ich muss dann irgendwo ein Sack runterladen. Das ist nur meine Lust. Also wenn... Wenn Raven mich versucht mit einem Tor umzubringen, darf ich ihn doch wieder erschießen, oder? Du darfst dir ein Duell jetzt aussuchen, ja? Können wir gerne ein Duell machen. Dann hast du die Möglichkeit mich zu töten. Können wir gerne ein Duell machen. Aha. Jetzt sofort. Ab in die... Ab in die... Arena, haben alle gehört. Ja. Also auf einen Anschlag mit dem... Mit dem... Mit dem... Mit dem... Mit dem... Ich hab mal ne Frage eigentlich gerade, wenn wir schon bei sowas sind. Ähm... Was ist eigentlich mit... Ist Morwacht auch hier? Momentan noch nicht. So wie ich das gesehen habe, wollen die ziemlich viele Laternen bauen. Kann das sein? Die haben schon ziemlich viele Laternen gebaut. Ja, die wollen aber komplett alle vier Blöcke, äh... Alle vier, ähm... Felder außenrum, um die Mauer, Laternen bauen. Zumindest den Baustellen, ja. Ja. Ja, wenn die Wachtfeuer jetzt nicht mehr so funktionieren... Dann muss man sie auch wieder hinbauen. Dann braucht man ja wirklich eigentlich nur einmal die Woche. Ja, also so schnell kriegst du ja auch das Holzbunderschmerzen, als haben wir die jetzt verloren gehen. Hm. Doch, eigentlich schon. Aber wenn du nicht gerade... Also wenn du nicht gerade 100, 100, äh... 100, 100, äh... Feuer hast, geht das schon. Dazu ruhig den Sand reinklicken kann. Im Haus. Hast du mir noch rauszunehmen, helfen, oder? Nicht so wie ich gesehen habe. Nur noch die Pferde, warte mal. Ja, was? Ich guck mal gerade, da sind... Glaub ich noch Säcke liegen auf dem Boden. Was war denn das? Ein Blippli! Blipplippli. Mach mal auf das Türchen. Mach mal auf das Türchen. Da ist noch eins drin. Was? Hier sind beide noch welche drin. Aber nur... Na gut, ich könnte jetzt... ...zwei mehr nehmen. Ein Zweiten! Ein Zweiten! Ein Zweiten! Da kam der jetzt auch weg. Genau, hab ich weggestellt, weil da nur noch Knochen und Scheiße drin waren. Wir machen's rein ins Haus. Naja. Ich denke, das war's hier, ne? Gar nicht. Hm? Hm? Das macht gleich die Tür wieder. Ja, alles gut. Und, gibt's euer Duell? Der kann sich gern mit irgendwem duellieren. Ich bin immer bereit. Also, wer mich duellieren will, ich sag nicht nein. Also, ich bin kein Feindler oder so. Also, ich dachte, es war gerade noch unser werter Kenzai. Naja, dachte ich auch. Nö. Also, ich hörte sowas schellen. Ne Duell? Gar nicht. Nur hinterrücks böse Angriffe. Sowas würde ich mich dann auch mal revanchieren für. Also, Gnate, Tor. Summiert sich. Naftagranate im Hintern finde ich aber nicht so durstig. Ne, fand ich auch nicht so witzig. Ja. Ist doch nix mehr. Hast du die Klade jetzt alle her, ne? Kann ich mal zurückkommen? Hallo? Hallo? Ach, guck mal, da sind sie. Na, ihr zwei? Was macht der wieder? Äh, wir wollen überfallen? Nein. Was? Was? Ich wollte nur fragen, wer Sarah ist. Sarah ist ein neues Mitglied von uns. Ah, okay. Ja. Ja. Aber, ähm. Ich hab schon ein bisschen... Kenzei. Kenzei hat uns gerade bestohlen. Ihr kommt wie gerufen. Kenzei. Er liegt schon wieder wie gerufen. Kenzei, die Wahn nennt er sich hier. Den soll man anreißen? Den müssen wir ans Kreuz nageln. Okay, kein Problem. Bei mir... Nägel sind hinten im Karren. Bei mir auch. Hammer hab ich dabei. Äh, und wer bringt die Nägel? Also zwei... Nägel sind hinten im Karren und Hammer hab ich dabei. Ach so. Aber wolltest du einen Meerdführer machen hier? Ich hoffe, das hast du dir gut überlegt. Wollen wir ihn mal machen? Ich hab irgendwie einen... Ja, ich oder was? Ja, überleg mal, wenn du hier so'n... 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 ein bisschen was alles das tor nicht auf war doch hier habt ihr die burg immer noch nicht gefunden war schon zu hause ich habe mein inventarisches pferd ist weg wenn du es nicht tragen kannst kriegst du auch eine systemnachricht aber dann landst du einfach auf dem fußboden in der tasche geht hier aber nirgendwo ja je nachdem wenn du das neben der schräge machst guck manchmal auch nur so ein zipfel von der tasche raus das ist auch immer ganz lästig m so ist er und in der hausse es sind hinten raus anders braun ist oder Da war es auch ein anderes Tor. Okay. Danke. Liste. Eieieiei. Fehlt da ein Mikrofon? Ja. Hm. Bei Sarah, ja. Die hat, äh, ihr hätt's halt irgendwie kaputt gekriegt. Oh. Katzen, die haben wir noch mal gemacht. Habel. Aua. Ja. Immer alle Katzen schieben. Immer alle Katzen schieben. Guck guck. Guck guck. Deine Mutter ist eine Hure. Guck guck. Guck guck. Bei Raven ist ja hier. Guck. 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 Ah, ich glaub ich hab's. Bei mir alles gerade momentan übelst verzögert. Wie ich das sehe, sind die schon oben im Ratsraum, dann können wir schon mal rüber gehen, wenn wir nicht sein sollen, oder? So, dann bin ich auch mal wieder weg. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ciao. Tschüss. Jo, tschüss. Wir bleiben hier, Raven, oder? Wir bleiben hier, wir gehen hoch in den Ratsraum. Ah, alles da. Was? Soll ich jetzt schon mal vorbereiten in die Apotheke? So, lauf ich denn jetzt eigentlich weg. Da wieder reingehen. Wir suchen gleich einen schlechten Platz denn aus, wo das rum soll. Mhm. Okay. Mhm. 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 Okay. Mhm. Mhm. Okay, komm schon. Ist er schon drin? Ja, bist du schon drin? Nein. Das ist auf dem Tisch. Ja, klopfen wir dann die Tore. Ich bin fast da. Ja, ich bin fast da. Bist du mit Pony gekommen oder ist das hier nicht unseres? Das ist nicht unseres. Ich hab mir jetzt eingeschrieben. Das sieht so aus wie eins von uns. Dann würde ich sagen, gehen wir auch mal nach oben. Bin ich ja jetzt da. Bis gleich, Jungs und Mädels. Tschüss. Bis gleich. Wo befindest du dich gerade? Bin raus. Dann kannst du die Tür zuhören. Was meinst du? Können wir irgendwo wieder raussteigen? Oder? Tschüss. Was? Tschüss. Ich geh mal an die untere Truhe, dann fühle ich dich doch. Ich muss verkocht werden, ne? Och jetzt? Yep. Hmm. 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 Oh. Das war der Kampf. So. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Tschüss.